So Chuck, Herrschaft nehmen wir jetzt oder? Nein, wir machen jetzt Sprengkommando. Schon zu spät. Richtig, da ist ein Clan drin. Okay, wir sind offen. Aber es dauert auch immer so lange die Unterbrechung, das finde ich richtig scheiße. Chuck, wir werden, ich glaube, wir schreiben einfach mal unsere Steam-ID-Name, Profil-Name in die Kommentare, dann könnt ihr uns mal adden, oder? Wenn ihr wollt, und so. Wieso? Ja, dass ihr dann zocken könnt. Ja, können wir aber auch mal ein paar Parts machen, zusammen. Weil jetzt wissen die ja unsere Namen dann noch gar nicht richtig. Machen wir dann, mache ich dann jedenfalls rein in die Beschreibungen. Ne, mach's lieber nicht. Doch, mach ich. Und du wirst nicht das gegen tut können. Ich muss so schnell wie möglich da hochkommen, sonst hab ich gekackt. Ich bin noch nicht mal im Spiel drin. Ja, Dicken, Alter, schon wieder! Geht auf Stern. Chuck ist halt nicht so der Hellste noch. Oh, das ist jetzt nicht so der Hellste noch nicht mehr. Ja, Knife, 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 Knife. Wie viel der frisst? die sind alle im mittleren Gang spürt den habe ich jetzt verpennt aha ok ok ist klar Oh meine Güte, drei Leute äh, leck Fick dich, du scheiß Spaßballer, ich will ja, der überlebt auch ne, ich nicht achso, da hinten kommt einer hoch ah, scheiße, das war die Stunde wo kommt der denn jetzt plötzlich her ja, ja ja, ja aha, IMS, ok ja hoch vor der Gang ist hier rechts da ist ein da ist ein scheiß hässliches äh wie das auch immer halten da war ja noch einer noch so von da oben wieso Trepp, was ist das denn ah, ok ja da da will man mal so freundlich sein IMS-Putsch machen Fick dich, scheiß Spaß nein warum du ey komm, ich bringe einen um, dann kommt sofort der nächste ich muss irgendwie ja echt mal irgendwo campen, ey, dass ich hier mal platt mache, weil nein, ne Güte, ich chill mich jetzt irgendwie ich renne jetzt mit Akibu durch, pass auf bitte nicht doch oh, mach diesen scheiß Heli auch kaputt bei B bei B da ist schon ja, meine Güte was ist das denn auch für ein Horst hier, ey ey der ist hier um die Ecke das ist das Nungel Trepp, was man machen kann links, 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 links 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 wie der mich wieder gesehen hat hier, ey die hacken doch alle ganz im Ernst links rum gehts jetzt hier mal links rum gehts jetzt hier mal ohhhh, nein, 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 nein ohhhh jetzt Wer wird gesichert? Nein! Ja, ich hab's noch kaputt bekommen. Geil, und noch bin der Predator. Einer von denen ist afkar. Oh, was war denn das? Ich könnte die gar nicht gescheit lenken. Nur noch ein Schuss. Da krieg ich eine AH6-Überwachung. Ja! Was ist denn das? Ey, wieso ist der Luftraum nicht frei? Ich hab eine AH6-Überwachung. Ja, weil da schon einer rumgammelt. Das ist so unlogisch, wie die mich so schnell platt kriegen, ey. Ganz im Ernst. Ich hab zwei AH6-Überwachung. Ja, den hab ich noch erwischt. Nein. Ey, ja komm. Ist aber ein asoziales Gemetzel hier ganz im Ernst jetzt. Scheiße, ich bin tot. Das gesamte Team von denen ist irgendwie Camper hoch 10. Wir haben einen Eifer verloren. Achtung, je nehm. Ja, zu spät. Scheiße. Ich habe den Eifer gemacht. Ich bin tot. 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 PAM 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 YouTube-Channel und das wird alles sehen, wird das bisher die ganze Zeit. Ja, machen wir auch ein Video. Also, das war's für den Part und dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Servus.